Ich war im berühmten Weltmuseum Wien. Das ist ein ethnografisches Museum, welches sich in den Räumlichkeiten der Wiener Hofburg befindet. Hier werden künstlerische wertvolle Exponate aus der ganzen Welt gezeigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das bekannteste Stück ist wohl die letzte existierende Federkrone aus der Zeit Montezumas. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020